Wie Fabrizio Romano nun bestätigt hat, wechselt Donny van de Beek zu Beginn der Wintertransferphase per Laie zu Eintracht Frankfurt. Der mittlerweile schon 26-jährige Niederländer, der bei Manchester United wirklich komplett außen vor ist, verstärkt die Eintracht somit für sechs Monate bis zum Juni. Dabei kostet er nur eine geringe Leihgebühr, wie hoch die ist, weiß man nicht, und man muss natürlich auch Teile seines Gehalts bezahlen, aber ich denke, das sollte sich in Grenzen halten. Falls er dann eben bei der Eintracht einschlagen sollte, ob das wirklich geschehen kann, da komme ich gleich noch in der Analyse dazu, beziehungsweise ob das wahrscheinlich ist. Auf jeden Fall, falls es passiert, hat die Eintracht die Möglichkeit, ihn festzuverpflichten mit einer Kaufoption, die wohl 15 Millionen Euro betragen soll. Zunächst einmal ist er seitens Frankfurt erstmal dafür gedacht, das temporäre Loch im Kader auf der Position zu schließen. Da hat man nämlich, was die 6er, 8er Position angeht, einen Eli Skiri, der zunächst mal beim Afrika Cup ist. Dann hast du einen Sebastian Rode, der auf ungewisse Zeit immer noch ausfällt aufgrund seiner Verletzung. Und einen Christian Jakic, den man glaube ich auch eher loswerden will und der ohnehin international erstmal ein bisschen gesperrt ist. Daher macht es zunächst einmal von der Quantität auf jeden Fall Sinn, dass man jemanden für das Mittelfeld verpflichtet, weil man da einfach mehr Personal braucht. Und man kann ja in dem Fall, was wir jetzt von den Transfermodalitäten gehört haben, eigentlich auch nicht viel falsch machen. Man holt ihn für einen geringen Betrag, für eine kurze Zeit, einfach für ein halbes Jahr, hat da eine Kaufoption, falls es klappt. Falls nicht, geht er wieder. Und man kann sich andersweitig umschauen, also viel falsch machen kann man wie gesagt nicht. Dennoch sehe ich es jetzt nicht ganz so optimal, was den Fit bzw. die Auswahl des Spielers angeht. Da will ich gar nicht grundsätzlich Donny Van de Beek schlechtreden, auch wenn er jetzt in letzter Zeit überhaupt nicht in Form war, falls er überhaupt gespielt hat. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir vielmehr darum, dass er vom Spielertyp gar nicht mal unbedingt das ist, was man gebraucht hätte, weil man das, was er darstellt, eigentlich schon im Kader hat. Aber da gehe ich jetzt gleich noch drauf ein. Zunächst einmal ist überhaupt die Frage, ob er in Form ist bzw. in Form kommen kann, falls er es nicht ist. Und das ist natürlich recht schwer bei ihm zu beantworten, wenn wir mal drauf schauen auf die Leistungsdaten. So waren es diese Saison sage und schreibe zwei Minuten in der Premier League und 19 Minuten im Karabao Cup. Das Jahr davor die Saison war von den Einsatzzeiten auch nicht viel besser, weil man es auf ein ganzes Jahr hochrechnet. Und nochmal ein Jahr zuvor war er mal eine Halbserie an Everton verlieren. Da hat er jetzt auch nicht wirklich überzeugt, war noch okay von den Leistungen, aber auch nur sieben Spiele gemacht am Ende. Also ja gut, wir können noch weiter drauf schauen, aber quasi hat er seit er Ajax im Jahr 2020 verlassen hat, keine Leistung wirklich gebracht und seine Einsatzzeiten wurden dann auch immer geringer bei Manchester United. Im Sommer gab es ja auch schon Gerüchte um einen Leihwechsel zu Real Sociedad. Jetzt im Winter gab es zudem neben den Eintracht-Gerüchten auch welche zu Chirona. Jetzt ist es eben die Eintracht geworden und ich möchte mal drauf schauen, was man da für einen Spielertyp bekommt, wenn er eben in seiner Topform ist. Dass er da hinkommt, ist zunächst einmal überhaupt nicht garantiert und falls doch, dann war er das eben zuletzt in der Ajax-Saison. Vor allem da habe ich jetzt mal die Daten rausgesucht, wo man in der Champions League bis ins Halbfinale kam. Da hatte er auch wirklich einen großen Anteil daran, aber allein wenn wir mal seine Position beachten, so war er da halt vor allem 8er in einem 4-3-3, er sogar von der Offensivausrichtung einen 10er und deshalb erschließt sich mir nicht so ganz, warum man ihn jetzt für das Profil verpflichtet. Es fehlen Rode und Skiri, eventuell Jakic, also drei wirklich defensiv starke Sechser. Du hast noch einen Hugo Larson, der kann das spielen, hat aber auch offensiv seine Stärken und ich verstehe nicht so ganz, warum man einen Van de Beek holt. Vor allem, das kam mir gleich in den Sinn, als ich seine Daten nochmal angeschaut habe, er ist natürlich ein 8er, der vor allem offensiv seine Stärken hat. Er arbeitet gut gegen den Ball, vor allem aber auch im Pressing, nicht unbedingt im Tiefenverteidigen. Mit dem Ball am Fuß ist er jetzt nicht der beste Spieler, also kein extrem guter Passspieler. Technisch jetzt auch nicht der allerbeste, dafür, dass er aus der Ajax-Jugend kommt. Vor allem ist er dann eben offensiv stark als Abschlussspieler, macht viele späte Läufe, also wenn der Ball in die Box kommt, dass er dann eben spät nachkommt und dann den Ball aus dem Rückraum reinhaut. Da liegen so seine Stärken, aber jetzt nicht unbedingt als Sechser im Spielaufbau, auch nicht gegen den Ball, deswegen verstehe ich es nicht so ganz, warum man ihn da verpflichtet. Außerdem passt er auch nicht so ganz in den Spielstil von Eintracht-Trainer Topmöller, beziehungsweise vor allem nicht in den angestrebten Spielstil, beispielsweise wie man gegen Bayern jetzt zuletzt beim 5 zu 1 gespielt hat. Das wäre eigentlich ein ideales Spiel für Van de Beek gewesen, wie man da aufgetreten ist. Allerdings möchte man ja unter Topmöller doch schon ziemlich viel Ball besitzt und da auch das Spiel kontrollieren. Und genau dafür ist Van de Beek eigentlich überhaupt nicht geeignet, ist er halt eigentlich eher einer, der Chaos stiftet, vor allem über Umschaltsituationen, den Ball auch mal gut nach vorne treiben kann und so dann eben Gefahr ausstrahlt. Und genau einer hat das ja auch gegen Bayern extrem gut gemacht mit Dina Ebimbe und ihn habe ich jetzt mal Van de Beek gleichgesetzt und die beiden verglichen. Ebimbe hier in grün und Van de Beek in rot und da sieht man schon ganz klar, recht deutlich eigentlich, dass sie sich sehr ähnlich sind. Vor allem Ebimbe in fast allen Bereichen besser, obwohl das hier die Prime von Van de Beek ist, also wirklich da, wo er in Topform war. Also eigentlich nicht, was man jetzt erwarten sollte, das ist schon das Maximum, was man bei ihm rausbekommt. Und mit Ebimbe hat man da eigentlich schon einen sehr ähnlichen Spieler im Kader und ich sehe Van de Beek eigentlich auch nicht unbedingt auf der Doppelsex im Spielaufbau, weshalb für mich sich der Transfer nicht ganz erschließt. Natürlich ist es ein Spieler, der nice to have ist, ist gut den zu haben, man macht nicht viel falsch mit der Laie, aber ich glaube, das sollte man sich schon noch anderweitig umschauen. Dann ist ja vielleicht gut, eine weitere Option für die Offensive beziehungsweise für eine offensive Mittelfeldrolle, aber ganz überzeugt mich der Transfer letztendlich nicht. Vielleicht liege ich auch falsch, aber lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Findet ihr den Transfer gut oder seht ihr es wie ich eher kritisch? Schreibt es gerne unten rein. Falls euch meine Analyse gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Falls ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!